Hey Leute, was geht? Wir sind wieder bei TechEd. TechEd? Ja, Alter. Genau. Läufig, wie hieß es heute mal mit Popel, Lukas? Jo. Auch von Wimps Racing. Einer von hunderttausenden. Hallo, Rammler. Kann ja mal bei meiner Turtle gucken gehen. In der Server ist es kein Wunder, dass die nicht so weit ist. Echt? Wie viel braucht man für eine Turtle? Das teuerste ist ein Redstone. Oder die Spitzsacke, sagen wir so. Hast du einen Redstone für mich? Nö. Ne? Nö. Doch. Brauch ich die selber? Ich muss das mal... Komm, ich brauche nur einen Redstone. Na gut, komm her. Warte, 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 warte. Alter, ich hab doch gar nicht mal Eisensachen. Ja, Rammler hat ja durch mich jetzt Eisensachen. Ja. Ist doch schon, liebe es. Ja, ich komm zu dir. Ach, cool, danke. Geh mal nach unten, guck mal weiter, guck mal weiter nach unten. Noch weiter? Oh. Geh mal weiter. Oh. 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 Läuft. Ja, und die Mining-Türtel ist ja, der arbeitet da immer noch unten. Ja, ich glaub, die kann da auch irgendwas mit 10.000 Blöcken oder so abbauen, wenn ich mich strittwächter reingetan hab. Ich hab da einen ganzen Dschungel-Wut-Baum reingehauen. Ist da eine Kiste unten? Ach, eine Pumpe. Ja, da kommt da wieder zurück reingemacht und da wird dann rausgesorgt, hier oben in die Kisten rein. Ich hab hier mega viel Koppelstorfen. Was ist das für ein Tisch hier? Äh, das ist ein Chunkloader. Achso, der das extra dafür macht, oder was? Ja. Nein. Okay. Da musst du mir mal helfen. Nein, nein. Ich war jetzt nicht so teuer. Jetzt hab ich nix zu essen und hier sind überall Zombies. Geil. Äh, das ist unoptimal. Ja. Alter, meine Spitzacke ist fast im Arsch. Also, also, also ich kann nicht rennen, das ist einfach ein Füster. So, ich werd mich da mal daran machen, Robert zu suchen. Also, von den Bäumen zu pflücken. Aber wird Nachthammer, geil. Ja, es ist schon eine ganze Zeit nacht. Warte mal, oh. Töööö. Alter, ich hab so viel Cobblestone, oh no Scheiß jetzt mal. Mining Turtle, so Turtle, ich guck jetzt mal wieder. Iron Ingrid, Computer und Test, wie geht das? Kannst du da ne Saphir Spitzacke dran machen, ne? Ich hab noch keine, haha. Kann, kann man auch, äh, Eisen nicht, wahr? Ne, nur noch vier. Scheiße. Okay, auf jeden Fall kann ich erst mal ein Dings bauen. Äh, dafür brauch ich Stein. Ach ne, muss ich immer ein bisschen Stein breiten. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Glas bräuchte ich auch noch, verdammt. Äh, da hat's bumm gemacht. Was, wo, bumm? Neben mir Creeper, so. Achso. Der kam doch so angelatscht und dann so bumm. Läuft. Läuft. Eindeutig. Alter. Ich hab dich, glaub ich, gar nicht erschreckt, oder so. Wieso, wieso hab ich keine Schaukel? Sag das mir mal. Ja, ich hab mich hier am Grundstück gespawnt und es ist zu mir gelaufen. Hammergeil, ich sollte den Zaun da wieder zumachen. Ja. Ich muss mal ein Projekt-Table machen, man, sofort schon eine ganze Zeit haben. Keine Ehre mehr. Alter, wie viel Zombies. Egal. Wieso hab ich mir jetzt ne Schaufel gemacht? Sag das mir mal. Ähm, keine Ahnung, wo du rum bist. Ich brauch doch keine Schaufel. Mein Gott, ey. Verplanung hoch 10, ey. Äh, nicht. Zum Glück haben wir Inventory-Tweaks hier drin, ey. Oh, ich hab, äh, links hier Shards. Was sind das für welche? Watershards. Und Kappa. Kann jetzt jeder Menge Brombeweg machen. Ich verwechsel irgendwie Kappa hin mit Ivern immer. Äh, nicht. Mach ich auch immer. Weil, weil, weil es eigentlich sehr gleich aussieht, finde ich. So, die von oder Sprex? Äh, nee, äh, ich spiel ein ganz anderes Texte-Pack. Bravo. Hat denn dieses komische... Ich spiel das Texte-Texe-Texe-Pack hier. Okay, ich werde hier verweigst du meinst, glaube ich. Äh, war, ist Noah, Lachs oder Kinamen wie das heißt. Ich spiel hier extra für Vizepist einfach. Extrakt-Dunger. Äh, ich war jetzt auf jeden Fall noch Extractor-Compressor und, äh... Was ist elektrisiertes Wasser? Wie geht das denn? Was? Okay, Maschinenblock und das sollte ich noch hinbekommen. Alter, hier ist Müll und... Das ist mal ein Schreibtisch und ich abstelle dich mal wegzuräumen. Nein, ich lasse ihn einfach mal liegen. Ja, das ist echt bei mir auch immer so. Das regt mich auch immer total auf. Äh, jetzt verweigst du, ich jetzt nur reingeschrieben hab. Um das Ding zu suchen, wie man was macht. Also, wie man was craftet. Hä, hä? Wie so brach ich jetzt Stein? Oh, so, kack, ey. Das ist richtig verplant, ey. Ja, und, 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 und Glas hab ich auch noch eigentlich. Ich bräuchte gar nicht. Ich hab gedacht, ich hab kein Glas und jetzt mach ich trotzdem Glas, ey. Ich bin so verplant heute, ey. Und jetzt hab ich einen Stone gesetzt hier. Hä, wie blöd? Ich bin echt heute dumm. Ich bin wirklich dumm heute, ey. So. Ah, muss ich auch noch machen. Computer mach ich jetzt, ja. Ah. So. Einen Computer hab ich hier. Und da muss man eine Kiste und darum Eisen, wa? Jo. Der Eisen muss ich aber erstmal schnell schmelzen. Schmelzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs, acht. Oh, ich mach mir jetzt einen Computer. Krass, oder? Fuck, verschäftiger, ey. Alter, ich bin voll weit, ey. Kommt keiner nach hinter meinen Limit hier, ey. hinter meinem Tempo. Mhm, mhm, genau. Ja? Ja, die können gar nicht nachkommen, weil die alle schon weiter sind. Ja, deswegen, ja. Ne, ich glaube nicht, dass nicht jeder weiter ist. Ja, zum Beispiel Willi ist da, oder was hat Willi gemacht? Äh, Willi hat bis jetzt nur unten eine Turtle stehen. Na siehste, da bin ich jetzt genauso weit gleich. Die ich dem gestern geschenkt hab. Was? Oh. Boah, okay, also ist ja gar nicht viel weiter. Nö, der hat eigentlich, der, sonst hat er nur nix gemacht. Nö, na siehste. Nur ein bisschen mit dem Pimmel in der Wand rumgefimmelt, sonst nix. Siehste, wenn ich doch viel Produktivar habe. Alter, ich hab so viel Last, ne, ich benutze voll, um zu braten, ohne Scheiß. Ich muss Marble wieder farmen für mein Haus. Marble, die alte Nabel. Marble für das Haus, das weiße Teil, da, wie in 1,5,2 Quarz halt. Das ist Marble. Hm? Das ist Marble. Bist du für dich blöd, oder wie lange braucht das Ding jetzt hier jetzt? Ah, geht doch. So. Machen wir den hier. Oh, Holz, wirklich. Alter, ich hab so'n Holzmangel, ohne Scheiß. So. Machen wir mal hier unten wieder alles weg. Äh, dann machen wir aber erstmal... Oh, ich mach mir jetzt mal ein Ding-Tortel. Ne, mein Ding-Tortel kann ich ja nicht machen. So, jetzt hab ich auf jeden Fall... Ich hab ne Torte, yes! Ich hab's... Ich hab's... Hast du ein bisschen Saphir, oder so? Ne, hab ich's aber ganz wenig, nur. Ich müsste mir eigentlich ne Eisenspitzhacke machen, aber so viel Eisen hab ich fast gar nicht, ey. Doch, ich kann mir ne Eisenspitzhacke machen, ey. Wofür? Ja, um die ganzen Dinger abzubauen, und so. Meinst du den Torte? Ne, das geht ja nicht, hast du erzählt. Ja, deswegen... Deswegen man dich hat, deswegen wo ich das hier dementieren jetzt. Alter, ich hab kein Essen, ey. Oh, das dauert gar nicht lang, oder so. Ich hab nur noch einen Hunger, du bist da, ey. Overclocker. Sticky Resin, kann man eigentlich ne Ofen packen, wahr? Ja. Okay. Aber im Extraktor kommt mehr raus, glaub ich. Ne, dann baue ich erstmal ne Extraktor. Aber dafür braucht man wieder nen Generator, wahr? Ja. Kann man aber auch mit Redstone powern. Ne, das ist... Ja, ich hab ja keine Redstone. Ja, das ist ja wiederum scheiße. Ja, siehste. Also. Aber ich mach jetzt mal eine richtige Höhen-Tour erstmal, um die ganzen Rohstoffe erstmal zu sammeln. Ich hab da doch zu lange noch. Ich war eigentlich am meisten von die Monster. Äh? Geh mir die gerade ab. Ach, meine Mind-Tour ist am Ausleeren. Ah. Ich würde gerne gucken, was da drin ist, nur ich komme da ja leider nicht runter. Ja, das ist echt... Wieso hast du das denn eigentlich so doof gebaut? Ja, anders konnte ich es nicht machen. Wenn die weiter nach oben gegangen wäre, dann wäre da ein riesiger Verbrauch gewesen. Also Verlust an Kohle und so'n Scheiß. Ne, ne, mit... Mit was machst du denn die? Kohle-Wach? Äh, und Holz. Ich hab da einen ganzen Rubber-Boot reingeknallt, gestern. Oh. Einen Abend nochmal und gestern früh. Also... Früh halt so um halb eins, wie wir Tosny-Tino aufgenommen haben. Aber geil, da sind drei Fackeln drin und ein bisschen Eisen und ein bisschen Tint. Mit Willi meinst du nicht mit Tosny? Ja, mein... Warum? Warum tue ich es immer? Warum nur? Schlimm, oder? Das ist richtig dumm. Ohne Scheiß. Patsch. Verdammt, ich hab kein zu essen mit. Ne, ich hab ja allgemein... Ich muss hier Obsidian holen gehen. Hä? Ich muss hier Obsidian holen gehen. Ich hab aber... Oh, doch, ich hab... Oh, Weizen ist gewachsen. Weizen ist fertig. Wie geil ist das denn? Oh, da muss ich mich auch noch holen gehen. Also, das Server ist ja immer online. Oh, das find ich so geil. Ja, ne, und wegen meinem Shunklauder. Ach, der Shunklauder ist hier mit drin, oder was? Ja, den hab ich ja halt auch ganz knapp gestellt. Jetzt hab ich den wieder umgestellt auf klein, weil sonst ruckelt. Nein, mach mal auf groß. Bitte. Ohne Scheiß hat gestern so geguckt. Ja, dann auf dein Grundschlück ist der noch. Der macht das von Tosny und uns noch. Ich hoffe, du meinst jetzt wirklich Tosny, ansonsten nachricht ich nicht aus. Warte, wo ist Tosny's Grundstück? Äh, da ganz weit hinten neben Lenny. Okay, ich mein Wimps. Oh, du Scheiß, warum? Warum? Ich weiß nicht, hast du was zu viel mit Marcel gemacht, oder was? Irgendwie nicht? Nö. Nee. Wenn Lenny jetzt guckt, ich geh ihm einfach mal welche vor der, vor die Nase, äh, vor der, vor die Nörgel, äh, vor der Nase bei mir aufs Grundstück setzen. Hab ich noch welche? Mal zwei. Ähm. Ich hab wenigstens fünf Brot, das wird ja für ne kleine, kleine Tour reichen, glaube. Bin gestern auch mit fünf Brot ausgekommen, lange sogar. Ne, aber mein Herz ist, mein Ding ist ja noch nicht mal vorher, so hab ich nur noch drei Brot. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, das wird schon reichen. Warum fängst du das schon mit dem Haus anzubauen? Hä, das ist doch schon das Haus da mit dem Marble. Ja, warum fängst du damit eigentlich schon an? Weil ich immer Häuser mag. Zu bauen. Das bringt's in ne Modpack, wo's um Technik geht. Jo. Hä, na klar, aber ich hab ja keinen Bock da irgendwo in der Höhle rumzugammeln. Ganz ehrlich, da hab ich no Bock. Eigentlich könnte ich ja mal in der Zeit, wo das ja alles am Rütteln ist, könnte ich ja mal meine Zaubern anfangen. Ja, doch, doch, mach ich mal. Verzaubern? Ja, ja, ich hab ja Rezepte alles hier. Wie Magie oder was jetzt? Ja. Achso. Zeug genug, dass sie solche haben. Ich glaube, das ist Iron, ja. Weißt du nicht grad, wie der Tisch geht? Werd' gucken. Ah, doch, weiß ich wohl, aber, ne. Ich brauch drei Stimmen. Bam! Ich brauch nen Schad, ich brauch Gold. Ach, was ist denn hier? Ist das eigentlich von Schwierigkeit? Ähm, normal. Also, Standard-Einstellung. Warum? Ja, ja, normal. Mach kaputt, Junge. Oh, fuck. Junge. Junge. Ich muss das eigentlich nicht von denen geguckt. Ja, ich hab mir alles nur von denen geguckt. Was ist, was braucht man, äh, Kinoba-Ohr? Cinebara-Ohr. Ja, oder Cinebara-Ohr. Keine Ahnung, wo muss das sein? Ich, das ist auch fürs Zaubern. Da kommt, äh, Quack-Silber draus. Was, Quack-Silber? Ja, Quack-Silber. Ach so, ich, ich dachte, also, äh, also, ich dachte, dat hier. So, ja, genau. Ja. Hä? Ja, hab ich ihm wirklich gedacht. Klingt mir grad nicht wirklich zu blöd, einen normalen Zauberstab zu craften, oder? Ah, okay. Das war zwei Schad zu viel. Brauche ich ein Bücherregal? Nee, nee, nee. Aber hier ist richtig viel, äh, Mabel. Und ich hab, glaube, Uranium, oder? Ach, nee, das ist schad. Ja, Uranium braucht man eigentlich nicht. Nee, äh, Earth-Shad. Keine Ahnung, wozu meine Sonne Schads braucht. Aber man, die Kohle backt jetzt irgendwo auf irgendeinem Level hier rum. Egal. Armatorium, hab ich schon mal? Äh? AAAAAAAA! Sind wir ver邪 strij competiz узнаht? Und ich sage Sie für Sie. Ja, nein, wir haben jetzt ja Zeitpunkt, um zu diesem Salz zu divisieren. Oh, ich mache jetzt, seid das probier.